Moin Moin Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute im Test Via Romana von Niko. Eine 65 Schuss Batterie. 65 Schuss wird das kleine Ding, das heißt man kann schon erahnen was das ist. Es wird wohl so Leuchtkugel, Kometen, sowas ähnliches in der Richtung sein. Hier steht auch römische Dichterbatterie drauf. 43 Gramm NEM. Effektdauer 25 Sekunden, Effekthöhe 20 Meter. Zum warmschießen bestimmt sehr sehr schön anzusehen und genau das machen wir jetzt am Silvesterabend. Einfach mal ein bisschen warmschießen. Via Romana von Niko. Auf geht's. Via Romana von Niko. Ja, ganz nett. Ich muss sagen würde ich mir jetzt aber nicht nochmal holen vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht das Teil. Bis zum nächsten Mal.